Ja Leute, WarScale, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute, hier seht ihr im Hintergrund, wir suchen einen Rank, heute bin ich nicht alleine, heute ist einmal Marcelli mit dabei, wo es geht, dann ist Memo mit dabei, wo es geht, und dann ist Paul mit dabei, wo es geht, wo es geht, freut mich, dass ihr mit abstattet, und ich hoffe auf jeden Fall, ich kann euch heute einmal mindestens eine Runde die neuen Operator zeigen auf dem Map-Kanal, ich werde euch hier zusätzlich nochmal einen Spawn-Peak zeigen, ich hoffe, der funktioniert, ich habe heute ein nicht krankes M, aber ich hoffe, er klappt auf jeden Fall mindestens einmal, damit ihr ihn mal seht, und jetzt würde ich sagen, Freunde, wünsche ich euch ganz viel Spaß, bei dem Video, wir werden auf jeden Fall heute bei dem Stream auch nochmal ein bisschen wahrscheinlich einen Test-Server zocken, und danach den normalen Server switchen, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Ganze, kommt gerne vorbei, ab 17 Uhr bin ich live, vielleicht werden wir heute nochmal eine Paysafe-Karte oder so raushauen, oder Xbox Guthaben, wegen der neuen Season jetzt, da könnt ihr dann gerne auch nochmal, ja, was haben, auf jeden Fall, bitte nicht den neuen Opern, das wäre mega korrekt, jetzt gehen wir in die erste Runde, Freunde, let's go, Freunde, die Runde startet, let's fucking go, die befinden sich unten, wir werden uns direkt mal hier an das Window seilen, damit ich euch das Ganze mal zeigen kann, Woooo, Digga, Speed-Round auf jeden Fall, hier an der Stelle, Quick-Lean ist wieder da, Digga, danke mal, ich gehe direkt nach unten, Hast du angerufen? Danke mal, ja, hier ist einer rechts, noch einer links, warte, links ist schon nicht gut von mir, ja, warte, ich muss kurz, warum lade ich 41 Schuss nach, bin ich behindert, oder was? Ich bin in room, echo, injured, einer rechts, zwei rechts, mute auch injured, oh, bro, SMG ist auch hier, och man, Nemo, ich hasse dich, alter, Junge, 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 ich bin da, ich bin da reingerannt, bin da reingerannt, Hab da drei Kills eigentlich geholt, ach man, ist, finde ich, ich finde das aber irgendwie ein bisschen dumm, dass sie das so machen, dass der, dass man den Kill erst bekommt, wenn er gefinisht ist, bei den anderen Games ist das so, wenn er genockt ist, dann kriegt man den Kill und das finde ich halt irgendwie besser, vor der zweite Runde startet, ich versuche jetzt auf jeden Fall nochmal hier eine High-Kill-Round vielleicht damit zu, hinzubekommen, das wäre ganz nice, wie gesagt, ich werde das Ganze rushen, ich werde hier jetzt nicht, warum schon, bro, bitte track, ja, ruf an, Woooo, let's go, okay, hast du angerufen? Ja, ja, schön anrufen, was, guck gleich nochmal, lass nicht, ob das hier das neue Schild ist, ja, ruf nochmal an, ich bin schon am Hallway, Jäger down, Dings auch down, ja, ich höre ihn hier links, nee, rechts, hä, hab noch einen, äh, noch ein Kill, bitte, 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 Jungs, bitte, 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 Kuss, 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 ja, 4K, jetzt Ace, bitte, Bruder, ich hole mir die Clash, ich hab 7 HP, die darf ich nicht treffen, komm, 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 die, ich hab 7 HP, Warte, wo ist denn die, 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 ja, nein, 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 ich bin 7 HP, ich bin 2 HP, Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warte, komm schon. Oh, nein, Oh Marcel, egal, 4K mit dem neuen Operator, krank auf jeden Fall, kranker Rush, man ist so schnell damit, Freunde, Anders, krass, Okay, Freunde, nächste Runde, äh, die Gegner, oh, jetzt kann ich gar keinen Ace mehr machen, egal, ich versuche mir die anderen vier zu holen, Let's go, Freunde, komm schon, bitte, warte, 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 noch, warte, noch mit anrufen, warte, warte, und jetzt einrufen, kommt schon, Wenn ich das hier aufschlage Bin drin Geh nochmal vom gleichen Dings rein So dumm eigentlich Bin inside Okay Inside, Digga Smoke down Digga, so ein großes Magazin, ja Flash auch down Komm schon Die anderen beiden, einer auf Stairs hier unten Glaube ich Er geht schon raus, Digga Ella auch down, nur noch einer Oh, hier auf Stairs, nein Hab mich gepflegt, hab's nicht mehr geschafft, scheiße, Digga Scheiße, Mann Aber neun Kills mit dem neuen Orb in drei Runden Und da Anders krass, Mann Ich spiel kein Rainbow, ich spiel Black Ops gerade, Digga Zeig mal Oh, Memo hier, mit dem Quickscope Das Jahrhundertste, oder was Okay, Freunde, ich will euch jetzt einmal den Spawn Peak zeigen Und zwar werden wir das hier reinforcen Das andere bleibt offen Und zwar, Freunde, ihr seht da, ihr wisst ja da hinten Warte, warte, nicht so viel schießen So, also Hier, Freunde Dieser Spawn Peak Da hinten ist das Auto Okay, reicht, reicht, reicht Okay, warte, das ist ein bisschen zu weit, Dings Ich schieße mal noch einmal da rechts gegen Ne, rechts Bro Nicht von da Von hier So Wie als wenn du selber das Spawn Peak Schießt da einmal rein Okay, reicht Oh, lol Ja, ist jetzt riesig groß Aber wenn man auf jeden Fall Aber ihr wisst Aber wenn man Aber wenn ihr auf jeden Fall wisst, was ich meine, Freunde Dieses kleine Loch hier Und da spawnen die Ja, und wenn ihr von hier Spawn Peak Ist das Ultra Broken Weil damit halt keiner rechnet Wenn man halt sozusagen nur einmal reinschießt mit der Dockwaffe oder so Kann das Ultra Broken sein Seht ihr das Spawn die Digga Die rechnen nicht damit Die rechnen nicht damit Dass man hier Spawn Peak Das finde ich Ist ein heftiger Spawn Peak Weil die Gegner halt damit nicht rechnen Nice, dass ich auch so eine Nuller Prezi habe Äh, okay Also das ist halt Finde ich Wenn man das halt nicht kennt Also ihr kennt es ja jetzt Aber für alle, die bis hierher Für alle, die bis hierher halt geschaut haben Oben links Oben links Ja Und für alle, die das halt nicht kennt Digga, das ist Broken Wenn ihr das Spawned Und nur einmal so macht, Freunde Nur einmal so Hatte das so ein Peak Loch Und das rafft keiner Dass ihr da Spawn Peak Da über dir Rafft keiner Paul, geh da hin wieder Schreibt mal gerne Schreibt mal gerne Schreibt mir gerne dazu eure Meinung Und in die Kommentare Digga Einer am Window Da oben, ganz oben Da oben waren die drauf Eier, links Marcel Boah, ich finde den Spawn Peak Finde ich ultra krass Ich habe mir den auf dem Test Server so Habe ich so überlegt Okay, was wäre jetzt ein krasser Swamp Peak Ich finde das ziemlich gut Und äh Er macht Neil Jammer Also wenn wir intern machen, Freunde Kann ich das natürlich nicht machen Weil ihr das ja jetzt wisst Also einer war da am Window, Marcel Ja genau Bleib schön, bleib schön Du musst dich nicht bewegen, wenn dieses Timer läuft Jetzt sehen die dich die ganze Zeit Also Paul ist recht neu Paul ist halt recht neu Er lernt halt jetzt gerade erst das Game Deswegen Er ist genau da oben direkt Genau über dir, guck über dir Paul Genau über dir Das ist deins Das kannst du einfach durchlaufen Er ist links Rechts Rechts Pass auf, da ist ein Window offen Er ist da rechts außen Glaub ich Links Da rechts 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 Nee, ich glaub der ist dann Spring mal raus Nee, das ist Marcel Und guck nach rechts Das ist Marcel Ja okay, Marcel ist außen Oh, der muss jetzt echt noch so viel time wasten oder was Ja, AfK Wow Nee, ich glaub schon Der ist ab Marcel, wir haben die drei Runden lang komplett umgerusht So, die tun mir schon ein bisschen leid Also, das ist schon anders krass Also, wir sind echt krank abgegangen, Freunde Die Waffe Die Waffe ist echt ultra broken von dem Angreifer Verteidiger, Vektor und die Kite-Waffe Ich hab euch halt die Kite-Waffe gezeigt für den Spawn-Peak Aber es war ein richtig, richtig geiles Video, Freunde Ich hoffe, auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben Da würde mich riesig, riesig freuen Checkt die Jungs in der Beschreibung ab Jetzt sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video Macht's gut Haut rein Und Peace Und photos Untertitelung des ZDF, 2020